Hallo Sina! Hallo! So, du bist ja jetzt hier bei uns im Hundesalon Lilly schon, ich meine, das sechste Mal heute gewesen und machst ja hier eine intensive Fortbildung mit gewissen Schwerpunkten. Die kannst du ja vielleicht gleich den Zuschauern mal mitteilen und dann, wann du deinen eigenen Betrieb eröffnen möchtest und wie dein Salon heißt, wo die Kunden dich dann in Zukunft treffen können, ja? Also mein Name ist Sina und wie sie schon gesagt hat, ich habe die Ausbildung oder Fortbildung hier im Hundesalon Lilly nochmal gemacht, um einfach nochmal meine Scherentechnik und meine Arbeit am Hund mit der Schere zu vervollständigen und um gut schneiden zu können, weil mir das sehr wichtig ist, einen Hund auch mit der Schere schneiden zu können. Und ihr findet mich dann ab dem 4.1.2020 in Bonn-Dottendorf. Genau, da habe ich einen kleinen super süßen Laden und der nennt sich Loose Styling Lounge. Also wenn ihr Lust habt, kommt vorbei im Loose Styling Lounge. Ihr seid herzlich willkommen! So Sina, jetzt ist ja der kleine Langhaar-Schihuahua fertig, den hast du ja komplett von Hand geschnitten und ja erzähl mal, wie lief es denn so und was hast du für einen Eindruck gehabt und das Ergebnis ist ja ganz toll geworden, ne? Ja, also es lief gut und ganz besonders begeistert war ich davon, dass der Chihuahua zwei verschiedene Fellarten hat und zwei verschiedene Farben und es hat mich wirklich sehr gefreut, auch mal diese Farben nochmal hervorzuheben durch den Schnitt. Ja, das ist dir sehr gut gelungen, ne? Ja, danke! Und ja, alles im einen ist es gut gelaufen, er hat sich ganz toll genommen, war ganz geduldig und ich finde es ist auch ein schönes Ergebnis. Ja, sehr schön! Vielleicht erzählst du den Zuschauern einfach nochmal, was du so bisher mitgenommen hast und wie so deine Impressionen, deine Eindrücke sind und ja, dass sich die Leute einfach einen gewissen Eindruck von dir und von deiner Arbeit machen können. Ja, sehr gerne! Also ich kann einfach nur sagen, ich habe unheimlich, unheimlich viel mitgenommen. Ich habe angefangen bei Scherenübungen, ich habe regelmäßig Scherenübungen gemacht, die mir unglaublich viel geholfen haben, dann selbst am Tier die Scherenübungen umzusetzen. Das war unglaublich hilfreich, kann ich einfach nur sagen. Ich habe mir ständig und immer Notizen gemacht, ich habe mir jedes kleinste Detail notiert und dann nachher zu Hause nochmal umgeschrieben in ganzen Sätze. Ich habe ganz viel gelernt, zum Beispiel der Unterschied zwischen Fahnenbein und Sollenbein, das ist auch sehr interessant gewesen für mich und hat mich unheimlich weitergebracht. Diese Nähe zum Tier, ich traue mich am Tier zu arbeiten, das fand ich auch ganz wichtig, dass keine Distanz mehr herrscht, sondern dass ich durch diese kleinen Übungen wirklich geschafft habe, den Hund als Ganzes zu schneiden und auch gut zu schneiden. Wunderbar, prima. Auch der Unterschied zwischen Maschinenschnitten oder Kombination zwischen Maschinen und Scherenschnitt oder grundsätzlich, das hast du ja auch bisher schon gemacht, einen Hund komplett von Hand geschnitten, ne? Genau, das war auch unheimlich lehrreich, dass ich dann einfach sagen konnte, ich bin jetzt bereit, einen Hund von Hand zu schneiden durch die Scherenübungen, die ich hier beigebracht bekommen habe. Ich konnte jede Scherenübung eins zu eins am Tier umsetzen. Toll, prima. Aber auch die Maschinen- und Schertechniken habe ich hier auch nochmal wunderbar gelernt, zum Beispiel Luftscheren oder in welchem Winkel ich die Maschine einfach nur halte, um ein verschiedenes Schnittergebnis zu bekommen. Das war wirklich auch sehr interessant, nochmal zu lernen. Und das habe ich auch vertieft. Und jetzt sehen wir hier die Sina mit dem fertig geschorenen Cavalier King Charles im Winterschnitt. Das ist immer noch genug Fell dran. Feiner Charlie. Fein. Aber er ist einfach jetzt schön sauber geschoren und sauber gemacht, gerade auch die Teilbereiche. Ja. Super. Good boy. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020